ja grüßt euch meiner leben hallo zweite folge ja zweites glück die erste nach der ersten die ziemlich misslungen war aber das ist jetzt auch scheißegal wir starten hier komplett neu und rennen einfach mal auf richtung c zu kommt dem gibt mal hier ein paar befehle ja hier befehle guck mal ich bin ja commander ihr müsst dieses einsatz hier verteidigen und wir spielen kein battlefield 3 wir spielen hier eine eine map von battlefield 4 das erste dlc oder was ist das zweiter zweite zweite dlc operation metro 2014 sollte es ruhig werden wird diese lage angespannt oh ja lad erst mal ab ja natürlich wird der husten jetzt ganz stark ja das muss doch sein schreien wir nicht anklicken ich bin doch gestorben nach dieses einsatz zwei kittwinsch gestorben leider erst durch leider habe ich eine kälte gemacht kommt dann lauf hier auf nach b b b aber nicht dass wir gleich wieder zurückgedrängt werden die haben uns wieder eingekreist wir sind schon wieder am arsch oh wir haben zwei im squad neue die aufzüge die aufzüge können manchmal böse sein leute auf einmal sind hinter der leute Oh Gott, gerade hat er immer wieder nach, so eine Kante. Wut da! Alter, die an, ich hab mich noch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob sie neu ist, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie gerade mal richtig gespalten. Oh mein Gott, Tim! Oh Gott, Tim, tut mir leid, ich kann dich gerade nicht reviven. Ähm, läuft gerade nicht. Überhaupt nicht. Ja, es geht. Bei mir, es geht einigermaßen. Ich hab dir jetzt gerade schon einmal... Also ich hab schon ein paar Griechen gemacht, also nach dem Wettbewerb, denn es läuft nicht rum. Ich hab so den Eindruck, ähm... Ja, ich bin sowas zu dumm. Aua! Meine FPS brechen zu mich ein. Ja, aber vielleicht wegen den vielen Explosionen. Was? Vielleicht wegen den vielen Explosionen. Ja, also... Gestern hab ich ja mal mit 50 FPS ausgenommen, da ging das komischerweise. Aber auch Metro? Äh, höher. Okay, ich bin wieder tot. Hö. Ach, nö. Ja, der steht direkt hinter der Ecke. Oh, Mann, ey. Ich hab dich, ich hab dich. Nix hast du. Du bist doch gerade vorbei. Die kommen... Die kommen neu. Oh, Gott. Ich bin schon wieder tot. Wie ist das denn wirklich? Ich hab wieder... Bist du zurückgeschrieben? Äh, zu viel, äh... Dings, Jonas, ich komm gerade nicht drauf. Rückgedrängt, so. Ich komm, Tim. Einsatzziel zu. Ich wollt grad sagen, komm, ich hab ein paar Befehle. Ich hab mir da ein Befehl gegeben. Da musst du ein Befehl antworten, Felix. Ja, ich weiß. Wollt's gerade... Ich wollt's nicht gerade machen. Dann hast du schon ein Befehl angegeben. So, jetzt kriegen wir A. Jetzt holen wir uns A, komm. Ja, ich bin gerade hier ein bisschen am... 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 am Feuern von... diesen kleinen... von dieser kleinen Station. Ganz im Ernst, beim nächsten Mal mache ich 40 FPS, weil das hier ist ein bisschen... ich glaub, das wird nicht ganz so gut. Von der Performance her. Okay. Performance. No? Ah, Performance. No. No, on board. Nee, das war... No, on board. Oh my God! It's my head. Oh, no! Ich bin auch immer lustig, wie diese ganzen... Dinger hier rumfliegen. diese ganzen Warnschilder und so. Die Pylonen, was? Ja, nee, nicht so, sondern auch ganze Schilder und so. Da hab ich auch schon gesehen, wie die Pylonen... Kilometer weit wegfliegen. Nein, sondern nicht ganz links im Tod. Oha. Boah, gefährlich. Sehr gefährlich. Was? Wie ist das denn schon wieder? Achtung, gleich sticht der Granate! Wir haben mich hüpfen! Wir haben mich hüpfen! Wow, wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Ey! Oh Gott, nein, das ist doch so, weil ich jetzt... Oh, Junge! Das war jetzt meine Schuld. Ich bin jetzt irgendwie nach oben. Ich weiß nicht warum, aber ich bin nach draußen gegangen. Ich bin einfach nur nach draußen gegangen, durch die Tür. Au. Gerade heile geworden, schon wieder irgendwie. Ich nehme den zweiten Siegestream. Einer, der kommt da saugviele recht um die Ecke. Und der Tür kommt da voll von da rein. Tja! Jetzt hab ich's auch gesehen, mit den Schildern. Das ist nicht unbefährlich. Oh Gott! Oh Gott! Das ist sehr gefährlich, dieser Ort hier. Oh Gott! Oh, ein schlimmer Kill! Ja, endlich nochmal ein Kill! Ja, die ganze Zeit werden mir immer die ganzen Kills geklaut und so. Also, nicht geklaut, sondern eher, ich krieg die nicht. Ihr müsst dieses Einsatzziele angreifen. Ich hab nochmal auf A verwiesen. Ja, ich hab's gesehen. Wenn hier nun, die verabschiedet sich das Squad in Richtung Süden. Ja, ich weiß. Ich steh hier irgendwie ganz alleine auf einer Seite. Ich steh auch alleine auf einer Seite! Ja, nicht wahr. Ich bin hier... Ihr seid alle auf der rechten Seite oder so. Ich steh hier alleine auf der rechten. Ja, ihr seid alle auf der linken und ich bin alleine hier auf der rechten. Ja, das ist total unfair. Ja, das kriegt über mir und ich hab... Ich brauch' Medic. Oh Gott! Als ob ich's gewusst hätte. Ich brauch' vielleicht hier ein bisschen Hilfe vielleicht auf der rechten Seite. Hallo, da war ich. Ich hab noch einen in den Gold. Oh, was ist denn? Mann! Was zur Hölle? Scheiße, dabei, von uns vermischt! Ja, ich hab' vielleicht auch noch die Schäufe von mir aus. Mann, der V-40-Ministervice da. Äh, die kommen grad alle über die rechte Seite. Die kommt, wer auf der rechte Seite ist. Weil... ... Vielleicht erstmal B verteidigen. Ja, und die rechte Seite mal ein bisschen mehr schützen. Weil grad auf der rechten Seite war, glaube ich, nur ich und zwei andere. Ich glaube A ist gerade einfach nur der Tod Siehste Siehste Wo ist denn Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet Sieht sehr zart beseitet aus hier Ja ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe auf der ganz rechten Seite Alter Schwede was soll das denn immer Tim Ja Ich bräuchte ganz rechts auf der Seite ein bisschen Hilfe Ja ich weiß wo du bist Weil ich bin hier gerade etwas sehr alleine Alles etwas suboptimal wenn ich hier alleine gehe Suboptimal? Okay dann optimiere ich das mal Ich bin zwar nicht eine riesige Hilfe aber ich bin da Ja jede Unterst- äh besser eine schlechte Unterstützung als gar keine Unterstützung Scheiß die Wand voll Hab dich Grazie Du bist wieder okay Soldat Danke Bruder Ich habe dich gerade Bruder genannt Oh Du gehst durch Ach gut Lauf denn Lauf Das ist keine gute Station die ich da Nein Okay wenn wir fertig sind also jetzt dann geben wir ins Haus rein Ich bin hinter dir Sehr gut sehr gut sehr gut Jetzt von hier Kontrolle Das kriegt ihr zurück Auch auf die andere Seite mal gucken Tim Ja die campen da die äh aus der Base raus Ja die campen da die äh aus der Base raus Schoppen Ja die